EA, das macht keinen Sinn. Ein Kunku wurde als SPC-Karte hinzugefügt in FIFA 23. Der hat ja schon diese Karte und dann kommt ja noch diese SPC-Karte, diese Full Birthday-Karte. Die kostet schon 600k. Das meint ja, was die Karte kostet mit Digga, wenn die SPC kommen vorbei. Ein Kunku haben echt viele gezockt auf viele Pros. Das verstehe ich auch nicht genau. So Karten, die schon SPCs haben, warum gibt man denen dann nochmal eine SPC? Dann fuckt man sich dann nur drüber ab, dass man die eine SPC gemacht hat, weil du die eh nicht verkaufen kannst. Dann lieber eine Karte, eine SPC geben, die noch keine vorher hatte und ein Kunku einfach so rausballern, oder sehe ich das falsch? Wie seht ihr das, Leute? Die Karte wird halt geisteskrank. Die will cracked sein. Cracked wie Crackhead Casey, Alter. Das ist ja, dass man sich aus der Karte. Die Karte hat das. ャ wszem Pass. Da, war da. Vielen Dank.